Und alles schon liebe Freunde, jetzt kommt Türchen Nummer 9 dran. Ja, wir haben schon den 9. Dezember und ja, das Jahr vergeht, der Heiligabend kommt immer, 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 immer näher. Wir suchen doch mal die 9, ich meine mich so als Sinne, die 9 war eigentlich genau bei der 8, die 8 war glaube ich hier da. Ja, guck mal, habe ich doch recht gehabt. Ja, hier ist die Nummer 9, ein sehr kleines Fenster. Machen wir doch mal auf, was da so schön drin ist. Aha, man sieht auch schon gleich was. Ziemlich kleines Teil, das ist irgendwie ein Bändchen. Okay, mit einer Kette dran. Hm, was könnte das wohl sein? Vermutlich eine Leine oder sowas. Okay. Sieht mir sehr aufwendig aus, dieses Teil. Das war nun mal in der 8. Und die 10 ist auch eigentlich gleich daneben. Das wird morgen wieder dran kommen. Und das ist eher ein längliches Teil. Das ist ja sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was da noch ankommt. Hier oben ist die 22, die 21 hier. Also, wir nähren uns so langsam, aber sicher, ja, nur der Halbzeit vom Kalender. Ich bin einfach, ich weiß, neugierig, was da noch alles bei rauskommt. Und ja, bis, ja, sage ich einfach mal, bis morgen. Guck mal, ob ich den Eichhörnchen auch noch kriege. Ich bin einfach, ich bin voll 완�ulate. Das ist ja irgendwie. Okay. Vielen Dank.